Ähm, was ist das für einer? Nimm am besten nicht den mit einem LCPD-Skin, der sieht nämlich... Interessant aus. Ja, und hat ne komische Haltung. Äh, was ist mal ein GP hier nicht? Allein das Prinzip müsste ich ja Officer Tenpenny nehmen. Ja, das würde passen. Also du bist jetzt beim Krankenhaus. Mhm. Na, du kleine Badasse. Ich bin so richtig wütend. Der sieht total verstörend aus, weil der so... Ich glaube in der Garage, aber ich weiß es noch nicht ganz. F5 zu oben ist der Police-Computer. Ist der? Police-Computer? Hier hat jemand 146 WANTEDs. Ach, das kannst du nur du sein? Hier hat jemand 146 WANTEDs. Ja, genau. Ach, schade. Äh, das Fekel ist lockt. Einen kleinen Moment. Du musst mich ein SID-Book aufnehmen, dann könnten wir zusammen. Kann ich so auch einsteigen? Äh, kann man... Ich werde dich nicht bei CIT-Book ein annehmen, Gott! Puh? Das ist so gut. Das ist so gut. Nicht SID-Book, aber der Satz. Danke. Ich finde, der hört sich einfach so an, als würdest du jemandem sagen. Nein, du bist scheiße, ich nehme dich nicht an. Ah, hat das mir gerade eben wirklich so rausgehört? Das ist peinlich. Ich bin genauso groß wie du, yay. Und du siehst aus, als hattest du schon zwei Generationen Inzucht hinter dir. Ja. Zwei Generationen unter der... Ich will mein Skin dann dann weg hier. Kann man... Kann man dem SFPD nicht an die Waffen... Ah, jetzt weiß ich glaube ich wo. Direkt vor der Garage. Sag nicht, ich muss die Waffen selber kaufen. Das ist der LCPD! Naja, bei einem ganz gewissen, äh... Real-Life-Server war das ja immer der Fall. Jep. Nice. Wir dürfen jetzt keine Namen nennen. Wieso haben wir hier Waffen jetzt so? Nehmen sie grad den hier. So. Äh, kann man hier wirklich nur Schutzfest du aufheben? Äh, nein. You are now employed as... Employed as a Police Officer. Äh, der Streifenwagen kostet 5000. Der normale? Ah, ich weiß, was ich nehmen werde. Nein, Master, komm. Komm. Äh, seid ihr in der Garage? Hahaha. Komm, steig ein. Vier Millionen für'n SWAT-Truck. Ja, naja. Er will nicht in meinen Police Sultan einsteigen. Oh, gib den mal her. Ja, man kann hier unten kaufen. Wir kannst ihn haben hier. Obwohl muss ich nicht eigentlich auch einfach auf meinen Regener eine Sirene packen? Dann wär's doch schon ein Polizeiwagen. Ja, zum Beispiel eigentlich. So. Jetzt steig ein. Kleines Crybaby. Er kann sich doch einfach selber einen Sultan nehmen, oder nicht? Ja, aber es macht doch Spaß, wenn wir zusammen hier patrouillieren. Äh, hier schreibt jemand russisch. 5000. Loll, go learn English, please. Okay. Und schreibt wieder auf Russisch zurück. Wirklich. Also. Äh, müssen wir jetzt einfach nur Kriminelle umlegen, oder was? Äh, ich glaub man kann viele Sachen machen. Ja. Drück. Äh. Äh, wenn's F5 ist, dann bring ich dich um. Äh, wenn's F5 ist, dann bring ich dich um. Äh, wenn's F5 ist, dann bring ich dich um. Äh, ich wuss... Äh. 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 Wenn du Probleme damit hast, kannst du es ja bei meiner Frau... Puh, Fraust. FAUST auslassen! Wollt ihr, ich hab jetzt einen, äh, extrem hübschen Sultan? Ich bin grad eben an dieser Xuma-Tangestelle. Xuma? Wo ist die denn? Äh, Militärstützpunkt. Oh. Da wo man 5 Sterne bekommt. Unter anderem? Äh. Mein... Puh, ha, 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 das sah nett aus. Ah, fuck. Einer unserer Zielobjekte ist in Los Santos am Pizzastack in der Nähe von der Grove Street. Welcher Kopf fährt da mit nem Fahrrad? Äh, der ist über unser Fahrzeug gesprungen. Was war das? Ja, auch über meins. Nicht schlecht. Glauben wir einen Rekord aufstellen? Dovaki, dovaki, no. Was gibt's? Nichts Schöneres als, äh... Wir sind einfach dieses, äh... Wir fahren einfach Richtung Los Santos. Ja, ich bin, ich glaub ich bin hinter euch, wenn ihr das seid. Ich warte kurz auf... ... dich. Oh, da ist ein gelber Punkt, ja. Ach, wo ist das? Da, fuck? Haha. Haha. Willst du als du Leumass auffordig machen, dass du's beruhigst? Haha. Haha. Ich glaub, er mag dein Fahrzeug nicht so ganz. Weiche Dämon. Liegt's an der Farbe? Weiche Dämon. Ah ja, ja, wahrscheinlich. Hättest du gleich jemanden als Dämon zu bezeichnen, nur weil er was ganz Spezifisches... Gibt's nur noch nicht auf mein Auto? Ah ja, macht du schon ein bisschen. Wer fährt eigentlich? Äh, ich. Nur zum Glück. Weiche! Achso! Was die Achte! Weiche von meiner Haut! Und wisst ihr was, Leute? Ich werd's heute noch nicht mal unterbrechen. Komm schon, Leumass. Mehr Sprüche, bitte! Oh! Das Ende! Du Stück Scheiße! Na dann. Keine normalen Sprüche, wie zum Beispiel... Kontinent. Woops, oder? Nee, erst hast du mich reingefahren. Du GZ. Wer geh weg, du GZ. Achja, Officer Tenpenny, hast du ihn nicht mal als Leumass bezeichnet? Nee, ich hab ihn als Leumass bezeichnet. Ja, mein ich ja. Das war ziemlich gut, muss ich dir lassen. Achja, Dämon. Achja, Dämon. Achja. Nett. Ich hab mir bloß die Tür damit eingefahren. Ich hab nichts... Hör auf damit! Er ist in einem Scheiß-Auto und ich muss es verhindern, dass es weiter so geht. Das kann mir doch keiner so antun, so einen Scheiß-Asienwagen zu sehen. Ja, ich hab jetzt nur auf diesen Spruch gewartet. So einen Scheiß-Jabzenwarze. Naja, um fett zu sein, es kann ja auch von Südkorea kommen, auch wenn ich es bezweifle. War auch so ein Teufel hab ich jetzt... Oh! The fuck! Ich reparier mal kurz meine Karre. Äh... Das Veliegel doesn't need to be repaired. Schön zu sehen, dass ich meinen LC-PDF-Mechaniker habe. Gott. Kollege? Also... Ja, ich wollte ihn kurz als Kollegen bezeichnen. Bezeichnen. Ups, Salah! Trotzdem, um sein hässliches Fazit zu verdecken. Warum hab ich eigentlich so einen hässlichen Räder? Na gut, ich pass eigentlich nur so im Auto, aber... Scheiße! Scheiße! Also, wo ist der Typ jetzt? Er ist in... Gott. Ja? Äh, nix von uns. Äh, in dieser kleinen Stadt, wo du Katalinas erstmal diesen Pub triffst. Oh mein Gott, wirklich? Who plays... Officer Tenpenny! Gott, weißt du eigentlich wie viele Kollegen ich schon erschossen habe? Nur wenn sie mir reingefahren sind. Ich hoffe, ich erzähl nicht bald dazu. Äh... Ich sa... Soll ich sagen, dass jemand geschrieben hat? Who's play... Who... Who plays Fifa Fifteen und iPhone? Das kann man? Äh... Wir lesen das... Wir können das selber lesen eigentlich. Wir sind auch den Chat rein zu verlegen. Ich muss ehrlich sein, ich beachte gerade eben den Chat nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Aber andere, die noch mehr wollten zu lesen, könnten die das auch lesen. Joa... Aber ich glaube, bei dem Video braucht man schon fast ne Lupe, um das zu sehen. Ja. Auch wenn man da auf den Teppel guckt. Ich hab nichts gesagt. Du meinst dein Handy? Ich denke, die ist ein bisschen schade. Ihr könnt den Chat gar nicht lesen. Äh... Die nächste links Office-Seichen. Ja, ich weiß... Wo dieses Dorf ist. Ui! Ich schwör bei Gott! Ich schwör bei Gott! Warte dir weg! Weiche! Sie hatte Weiche! Was brennst du? Auf das Hotel, Penny. Noch einmal und ich hab nen karten Kofferraum für dich. Ah, lass mich grad nicht. Dieser Typ ist gerade eben mit so ne komische... Da, da, da! Ja! Das hab ich schon gedacht. Da fuck! Ich bin frontal in ihn reingefahren und der fährt einfach weiter. Äh... Ja, beruhigend! Wir... Legen uns grad eben nur mit ner Gang an. Also... Beruhigend! Ach was? Das war der Typ... Ach, das war wirklich der Typ wie mit 400 Worn. Ups! Ja... Upsi! Er ist so ner Gang! Ho! Das hätte ich jetzt nicht gedacht! Ey, der schieß mit ner M4 auf mich! Der... Ja... Den Asiaten kann man ruhig umlegen. Den braucht keiner. So gut ist es wieder mal nett. Ja, das Auto kommt mir aus, aber nicht mich. Dich! Du bist ja... Ja, ich glaub, du bist jetzt unten durch auf unseren Tenpenny. Wirklich im Glatten! Ja... Wie heißt dieses Fahrzeug nochmal? Stairford? Irgendwie so? Ja... Wie sind wir eigentlich klar als... Äh... Ford Impala... Ford Impala... Ford Impala... Läuft bei dir! Geht's nicht los! The fuck? Stirb! Dämon! WUH! Motorradfahrer! Das war mir ein bisschen zu knapp! L.S.P.D. Motherfucker! Stop right there! Weißt du, wie viel Munition für diese scheiß Pistole habe? Ja! Du brauchst aber trotzdem nicht verschwenden! Ich schieß nicht mal an! Dann schießt er so automatisch! Wirst du mich verarschen? Ja! Automatisch! Automatisch! Ich kann nix drücken! Das ist ja so ein Bug in M3! Das ist aber wie schnell ist denn so ein billigeres... Geh weg mit diesem Japsen-Motorrad! Pfff! Sonst streck ich es dir sonst wo hin! Ich... Ich sag schon gar nichts mehr dazu! Du weißt schon, dass die meisten Fahrzeuge in Asien hergestellt werden? Leider! Und ich hasse es! Seid ihr jetzt hinter mir? Oder wer ist das? Da fuck! Was kriegen wir gerade eben hier ab? Seid ihr in dem Fahrradfahrer, Mann? Der hat das Fahrzeuge geknallt! Ich brauche einen Mechaniker! Toll! Mein Auto ist auch geknallt! Könnt ihr mich abholen? Achso! Geht schlecht! Versperr den Eingang! Versperr den Eingang! Wirklich! We need backup! Ach du Scheiße! Äh... Nuss! 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 Habe ich den Hobo? Kommt das auf den Hobo? Ich sag einfach wieder ins Auto oder bin ich geschützt? Nein! 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 Modena! Scheiße! Habe ich das gerade laut gesagt? Ähm... Ich bin nochmal wer... Komm! Fahrzeug! Geh wieder! Nein! Ich bin noch... Ich bin noch... Nein! Warum... Warum waren wir das klar? Warum waren wir das klar? Okay, um es festzuhalten. Als Newbie kann man niemanden mit einer Faust schlagen. Aber die können mit einem Vier auf dich schießen. Ja... Ich bin jetzt... Oh, ihr seid auch tot? Nein! Einkaufswagen! Äh... Ich möchte ihn umbringen! Ich möchte ihn einfach umbringen! Fahrvoll! Wir kommen... Ähm... Ich bin direkt reingespawnt anscheinend. Kann man sowieso vergessen, weil ich brauche ein Reparatur-Kit und ich habe keins. Kommst du dabei? Aber das bringt nichts. Ich kann's ja... Leute, jetzt ist die Spont. So! Das funktioniert noch. Ach, bist du VIP? Nein! Bitte steig jetzt einfach rein, Leute Master! Äh, wenn du kein VIP bist, wie kannst du an Autos, äh... Wirklich? Ein Rollstuhl? Es ist der SF-PD! Cat on the ground! Ey, wir sind... Das SF-PD. Du bist das Behinderten-PD. Du! Du bist das Asiaten-PD! Sei schön leise! Verdammt! Verdammt! Das Behinderten-PD! Das muss ich... Scheißkarren! Steig jetzt! Ich kann nicht verstehen, wie das auch nur Scheiße fahren kann! Das hat mich fluss gekauft und dich zu ärgern, muss ich zugeben. Jetzt komm, steig ein! Steig ein! Ich steig nicht ein! Wer verreck ich! Würde ich ja gerne für dich ja erledigen, aber trotzdem! Ich steig da nicht ein! Ich steig dieses hässliche Scheiß-Teil nicht ein! Ich hab auch noch ein bisschen Ehre! Ehre? Bin ich so ein Rückgrat-loses Scheiß... Ein Kaufwagen! Und du sagst, du hast Ehre! Ja! Mehr als dir doch im Kack ist! Wir hatten Wagen! Von wo hast du denn den denn geklaut? Du ziehst mir kein Leben damit ab! For the house! For the house! Area 69 is full of criminals! Ja, da hat jemand recht! Die kann man nicht mehr helfen, oder? Das Bild ist so gut! Steig jetzt ein! Doch! Dann geh aufs Dach! Nein! Doch! Ich will dich zu... Nein, deshalb darf ich dich einen Meter transportieren! Dann fahr halt, wenn er nicht will! Ich will, dass er zuerst erschossen wird! Ich brauche einen Aufklärer! Ja! Mensch! Ich... Dann laufe ich halt zu Fuß zum Immunation! Hier irgendwo in der Nähe! Hey! Äh... Hier in der Nähe ist keins! Ach, scheiße! Muss ich vielleicht auch einstecken wieder! Jaja! Off-Sotan Penny! Sorry! Was macht er denn zum Teufel? Ich kann einfach nicht mehr! Okay! Weißt du was? Wir können es jetzt ganz einfach haben! Äh... Off-Sotan Penny! Steig mal kurz aus! Wie spawnst du die Autos, wenn du kein VIP bist? Da fuck! Ich möchte... LOL Hydra! In blau! Vielleicht kann ich da einsteigen! Äh... Ich kann in den Hydra einsteigen! Ich bin drinnen! Wirklich! Komm rein! Und wo soll ich bei dir einsteigen? Da fuck! Wo seid ihr? Ich war mit seiner... Ach, nicht so wichtig! Nein! Er hat mich in den Hydra abgezogen! Äh... Könnt ihr mich mitnehmen? Wir sind weg mit dem Einfachfragen! Kannst du den Rollstuhl nehmen! Ey! Der hat sich ein Fahrzeug gefahren, bis du das, das mal krüppelt wurdest, deswegen! Okay! Hey! Ich bin auch im Sotan gefahren! Ja! Du sollst am besten auch in nem Rollstuhl fahren! Ja! Ich fahr halt in nem Rollstuhl, weil ihr ja weggefahren seid! Weil ihr so ne scheiß Schwuchtelkarre gefahren müsst! Ach! Hier ist so ne Karren! Hahahaha! Hör auf darauf zu schießen! Ich... Hasse... Diese... Scheiße! So sehr! Seid ihr grad bei diesem Trailerpack? Grade vorbeigefahren! Aua! Ich bin mit dem Rollstuhl gegen Baum gefahren mit voller Geschwindigkeit! Ja! Schnell! Fangen wir sie! Vielleicht der Rollstuhl nach vorne flippen kann! Äh! 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 Warte mal! Wie viel sind hier? Äh! Wie viel sind? Fahr du Narre! Fahr! Ich will nichts damit zu tun haben! Will ich? Nein! Nein! Vergiss das! Ich warte da nicht mitgehen! Nein! Äh! Äh! Hör auf zu schießen! Du bist ja echt schlimm! Ich will nicht diese Fahrzeuge sehen! Tatsache! Tatsache! Weg von dir! Ich bin doch nur ein Einkaufswagen! Hahahaha! Aua! Ich bin gestoppt! Hahahaha! Hahahaha! Oh Gott! Ja! Äh! Weg einer Pistole läuft! Hallo Officer Tenpenny! Wie geht es an ihn? Au! 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 Ich hoffe du krepierst in der kratiartischen Fahrzeug! Das Auto ist geknallt! Oh! Hahahaha! Die Flieder sind weg hier! Ich bin tot! Hahahaha! Ja ich wurde wenigstens von einem... Ja ähm... Ich hab 3000 Dollar bekommen weil jemand gequittet ist! Dieses... Dieses MG! Okay! Nevermind! Let's go with a photo! Hahahaha! Na dann! So! Fahrzeug! Wenn ich noch... Wenn du mich noch einmal darum willst, wirst du dieses Scheiß stoltern also! Okay! Was zur Hölle! Wo ist mein fucking Meser? Kann er mit meinem Pony fangen! Ja Hauptsache das spawnen bei mir! Sunny day cause I love a rainy night! Dün... Wie fang ich eigentlich mit einem Einkaufswagen Radio? Frag ein Chipsy! Auf jeden Fall! Wo bist du überhaupt? Ich fahr grad die Straße entlang! Red mal deutsch mit mir auf! In the area! 51! So schnell bist du da? Okay! Junge! Junge! Ich fahr... 53 mit einem Einkaufswagen! Ich fahr doch nicht mal weh! Ehrlich gesagt! Vor allem Dinge... Wie will man mit so einem Teil überhaupt bremsen? Erfolgreich! Ohne rauszuknallen! Äh... Hast du jetzt eigentlich Waffen? Ich hab keine! Äh... Ich werd nicht... Ach Gott, ich bin schon wieder so ein Kack-Asian-Fahrzeug! Ich glaub nicht, dass Kamikaze die was bringt! Check mich! Tattoo! 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 Eben! Äh... Ich bin aber weg! Bitte töte diesen... Töte diesen Hobo! Im Einkaufswagen! Ich hab einen Hobo! Ich heiß nicht auf der... Billy! Ja tut mir leid, ich fahr nicht in einem Einkaufswagen! Das erste machst du ja eigentlich ein Fahrzeug! Das ist doch viel schlimmer! Hahaha! Durch was bist du denn gestorben? Durch die Welt? Nein, das war ein Einkaufswagen, der auch gegangen ist! Hahaha! Scheiße! Das ist gut! Ich bin nochmal weg! Äh... Amunation! Dann gehen wir mal kurz! Ich will das eigentlich nicht, wie man jemanden weniger ernst nehmen kann! Mit einem Einkaufswagen oder mit einem japanischen Sportwagen! Den Japaner! Was denkst du? Also ich kann dich nicht ganz ernst nehmen gerade! Ohhhh! Komm! Hahaha! Hahaha! Gibt es hier irgendwie ein Amunation? Äh... Ich fahr zu diesem Sommergebiet! Ja, naja! Obwohl da ist ja einer! Ja, ja! Genau deswegen! Ich spawn mir mal ein Polizeirevier oder ein Polizeirevier! Äh, schön zu sehen, dass der Superjump hat oder sowas! Scheiße, die hatte ich ja Fahrzeuge! Kann man nur so einen Müll fahren! Sagte die Person, die in GTA 5 ein Futo gefahren ist! Mit Krum? Ja! Leider! Hahaha! Warte mal, du hast es auch gewusst? Ne, das habe ich gerade geschätzt! Oh! Ich habe jedes mal der Fahrzeug gekauft! Achso, stimmt ja! Tut mir leid, das ist ja auch gar nicht so schwierig! Bei ihm zumindest! Hm... Ich würde jetzt am liebsten diesen Meme bringen mit... Well, that escalated quickly, aber ich lass es mal! Ich würde eigentlich ein Meme bringen, wo so ein Typ sein Höhen hinhält und sagt... Nutze es! Echt... Oh nein! Und noch eine Gesichtspalme durchs Gesicht! Vor allem denke ich, diese deutsche Übersetzung von einem Facepalm! Ehrlich, die war ich komisch! Gibt eine Animation von Facepalm! Vor allem, dass genau die deutsche Übersetzung davon in GTA 5 verwendet wird! Anstatt einfach Facepalm zu nehmen, dein Gesichtspalm! Ja, das erinnert mich auch wieder mal an Semperfie! Semperfie! Anstatt zu sagen Semperfie! Semperfie, Bruder! Semperfie! Semperfie, Dallas! Oh, nice! Achja! Meinst du 20.000 Dollar reichen? Äh... Schön zu sagen! Ja, kommt drauf an, ob es für Waffen nicht! Drecksass! Was denn? Hast du nicht gerade eben gehört? Was hat er da bei dir gesagt? Also irgendwas mit ganz nett Drecks und Asiaten? Meinst du jetzt LoL Master oder den Typen hier in Emonation? Den, ah, den! Äh, so einen Spruch habe ich von ihm noch nicht gehört, muss ich jetzt ehrlich sagen! Ich wünsche, der würde einen so einen bringen! Ja, aber wenigstens toll! So, und wir haben mir eine Tech-9 gekauft! Ich kaufe mir einen Taser! Obwohl, das bringt eigentlich gar nicht! Und natürlich, du kannst Leute Taser! Was ist ein gebanterer Kampf der Hissern? Ja! Das will ich! Ich gehe hier! Das schießt! Wirklich jetzt! Wirklich! Wirklich jetzt! Was zum Teufel! Ähm, hat sich mein Spiel... Da fuck! Mein Spiel hat sich aufgehängt! Nein! Nicht Neustart, ne! Naja! Also Leute! Das war zuerst mal GTA San Andreas MTA! Ich hoffe, euch hat's gefallen! Und jetzt muss ich dann erstmal sagen, bis später! Tic, tic, tic5! Tic, tic!